Wie könnte die Ukraine den Vormarsch der Russen nutzen, um einen Hinterhalt oder eine strategische Falle zu stellen? Zum Beispiel Tunnels mit TNT, Truppen im Hinterland etc. Das Problem ist, strategisch ist natürlich, ist hier der falsche Begriff, denn strategisch wäre kriegsentscheidend. Und das ist einfach aktuell unrealistisch. Ich meine, ich spiele ja selber Computerspiele. Das heißt, immer von Computerspielen zu sprechen, ist nicht despektierlich. Bei Hearts of Iron, bei so einem Strategiespiel, würde man die Front hier ungeschützt lassen, lässt die Russen eindringen bis, was weiß ich, man lässt die Front hier ungeschützt, lässt die Russen das alles hier irgendwie erobern und dann stößt man mit eigenen Truppen von hier und von hier hin und schneidet das hier alles ab und zerstört die russischen Truppen hier. Das geht in einem Computerspiel. In der Realität geht es nicht. Nicht mit den ukrainischen Truppen, die die Ukrainer zur Verfügung haben. Das heißt, hier müssen wir klar sagen, irgend so ein Plan, dass man den Russen eine Falle stellt, die sie vernichtet und die Kriegswende erzeugt, alleine durch den russischen Vormarsch sehe ich aktuell sehr überschaubar. Denn, wie gesagt, Blick auf die Karte würde anbieten, dieses Stück hier abzuschneiden. Aber das ist aktuell einfach unrealistisch, wenn wir die ukrainischen Kräfte anschauen. Und natürlich kann man auf kleine Maße Fallen stellen. Wir haben es von den Russen gesehen. Die Russen haben hier im Süden Gräben gehabt und die waren vermint. Ich habe selber eines der Videos gesehen, wo ukrainische Soldaten in den Graben hineinspringen und nachdem der Graben mit ukrainischen Soldaten voll ist, sprengen die Russen ihn. Mit Untertötung der gesamten ukrainischen Besatzung. Sowas kann man natürlich machen, aber das dient der Verzögerung und das dient dem Schwächen der Russen. Aber das wird es auch für sich genommen, so schnell die Gesamtlage nicht ändern. Also, dass die Ukrainer im großen Maße während des Rückzuges das gesamte Blatt wenden können, ist schwierig. Es gibt das militärische Konzept dazu. Das ist verzögernde Gefecht. Man gewinnt Zeit, das einem ermöglicht, mehr Truppen zu generieren oder den Verbündeten ermöglicht, heranzukommen und einem zur Unterstützung zu kommen. Das hat die Bundeswehr zum Beispiel im Kalten Krieg ganz massiv trainiert, weil im Kriegsfall wären über die Zonengrenze eine solche Masse an Warschauer Pakt Soldaten und Truppen gekommen, dass es die Bundeswehr keine Chance gehabt hätte, die direkt an der Grenze zu stoppen. Also hat man trainiert, dass man sich langsam zurückzieht und dabei eben den Vorteil nutzt, dass man das Heft in der Hand hat während des Rückzuges. Man kann sich den Hügel auswählen, indem man in Hinterhangstellung ist, um davon vorzustoßen, ein paar russische Panzer abzuschießen und dann im toten Winkel des Hügels zum nächsten Hügel sich zurückzuziehen. Jedes Mal gibt man eine Hügelreihe auf, zerstört aber überproportional viele Feindfahrzeuge und so rückt der Feind zwar weiter vor, aber unter sehr, sehr hohen Verlusten. Das ist das klassische verzögernde Gefecht. Das kann die Ukraine natürlich auch machen. Aber die Frage ist, kann die Ukraine diese Zeit, die sie damit gewinnt, nutzen, um selber so stark zu werden, dass sie anschließend zum Gegenangriff übergehen kann? Oder kommt in der Zeit ein Verbündeter, der ihr es ermöglicht, dann den Gegenangriff durchzuführen? Und beides ist aktuell mehr als fraglich. Von daher, die verzögernden Gefechte, die die Ukrainer durchführen, die können erfolgreich sein, was Verluste angeht. Aber wir müssen es so sehen, die neuesten Schätzungen sind, dass in der Ukraine nur noch 25 bis 27 Millionen Menschen sind. Auf russischer Seite haben wir es wahrscheinlich nach wie vor mit 140, eventuell sogar jetzt mit 150 Millionen zu tun, wenn man die Eroberten mit dazu nimmt. Da muss das Tauschverhältnis in einem ganz anderen Maße sein. Und dann kommen noch die materiellen Fragen dazu. Denn die Ukraine, wie hoch ist deren Rüstungsproduktion verglichen mit der russischen? Also, dass die Ukrainer alleine durch den Rückzug den Krieg gewinnen können, ist nicht unmöglich. Ich habe Ihnen das Konzept genannt, was die Bundeswehr durchaus geübt hat im verzögernden Gefecht. Aber ich sehe nicht, dass das für die Ukraine aktuell realistisch wäre. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann schauen Sie doch mal vorbei auf dem Hauptkanal, wo es ursprünglich erschienen ist. Militär und Geschichte mit Thorsten Heinrich. Den Link dazu finden Sie hier in der Beschreibung. Vielen Dank.